Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay, eurem Cosplay-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, ich hab auch die Javi am Start. Hi! Hallöchen! Ja, ich freu mich total, dass wir heute so ein bisschen quatschen. Unser Thema ist ja heute Effekt-Szene, da kommen wir auch gleich zu. Aber Javi, wie läuft's so bei dir im Cosplay-Himmel? Irgendwelche Pläne gerade, arbeitest du an was oder so? Ich bin tatsächlich jetzt wieder motiviert. Ich hatte am Ende des Jahres 2020 irgendwie so gar keine Motivation. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder am Planen, was für mich möglich ist, was ich gerne machen möchte. Und vor allem halt auch, wo ich das dann tage, weil ich noch nicht sicher bin, ob die Conventions dieses Jahr halt stattfinden, muss man sich so ein bisschen da andere Events versuchen, Fotoshootings oder Zusammentreffen oder so. Ja, ja, das ist halt so die Sache. Also ich sehe das auch noch nicht so ganz, dass wir dieses Jahr ein paar Cons haben. Aber ich drücke die Daumen und vielleicht wird's ja was im Dezember mit der Comic-Con. Was meinst du? Ja, ich denke, die Wintercons könnten schon funktionieren. Ich denke auch, dass wir im Sommer vielleicht ein paar Outdoor-Veranstaltungen haben können, die aber dann wahrscheinlich einfach kleiner sind als das, was wir gewohnt sind. Ja, die Elphia wird ja bestimmt wieder stattfinden. Also die haben ja auch letztes Jahr keinen Halt gemacht. Ja, müssen die halt dann wissen, ob das noch für die rentabel, also ob das funktioniert hat oder ob das nicht dann für die dieses Jahr. Das ist ja das Problem mit den kleineren Conventions, dass die immer gucken müssen, den Kosten-Nutzen-Faktor ein bisschen abzuwägen. Ja, das ist so die Sache. Also ich bin mal mega gespannt, wie es aussieht, ob wir dieses Jahr noch auf ein paar Cons gehen können. Bei mir ist es nämlich auch so, ich bin irgendwie super lazy mit meinen Cosplays, weil ich einfach keinen Anreiz habe, aktuell was fertigzustellen. Ich brauche immer so ein bisschen diesen Druck dahinter. Ja, wir haben ja auch schon die ein oder andere Nacht kurz vor der Convention durchgearbeitet. Manchmal hilft Zeitdruck doch ein bisschen. Ja, wobei ich muss halt wirklich nicht mehr den Tag davor noch am Kostüm sitzen. Also wenn ich es schaffe, vorher fertig zu werden, wäre das schon schön. Ja, ich glaube, das ist was, das legt man dann ab, wenn man 30 wird, ne? Ja, ganz genau, das ist es. Ja, wir wollen heute im Podcast über Effektzähne sprechen. Und da haben wir nämlich eine ziemlich coole Kooperation mit Elphabyte gehabt. Da wollen wir euch so ein bisschen von berichten, wie so unsere Erfahrungen waren. Weil Effektzähne sind ja auch so eine Sache, manchmal achtet man da beim Cosplay gar nicht drauf. Bis einem einfällt, oh Mist, der Charakter hat aber spitze Zähne. Ja, wie kriege ich das denn jetzt hin? Also ja, wie hattest du irgendwie schon mal ein Cosplay, bei dem du auf Effektzähne achten musstest? Oder bei dem Zähne irgendwie eine Rolle gespielt haben? Ich wollte es gerade sagen, es sind eher deine wunderbaren Erfahrungen, von denen ich gerne wissen möchte, wie sie waren. Weil ich selber habe noch nicht wirklich Erfahrung gemacht. Ich habe, was wahrscheinlich jeder irgendwann mal am Anfang macht, so mal so dummen Selfmade-Sachen gefolgt. Wie, klebt dir einfach künstliche Fingernägel auf die Zähne? Oh wow, ernsthaft, das funktioniert? Ja, nein, ich habe es halt extra nicht mit, also die Empfehlung dort war irgendwie mit Mastix, glaube ich. Aber habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe es damals dann mit so einem doppelseitigen Klebeband gemacht, weil es wirklich nur für ein Fotoshooting war. Nein, wie geil, boah Hammer. Ich wusste, dass du wieder irgendeine geile Geschichte hast. Da hatte ich wenigstens das Gefühl, da weiß ich, dass sich das ablöst und es schmeckt nicht ekelhaft. Aber es war halt wirklich dann nur, also ich habe es wirklich nur für zehn Minuten oder so für ein Fotoshooting gehabt. Aber Zähne können halt total viel verändern. Und ich weiß auch noch, dass ich mal bei einem Vampirball dann die Fotos später ewig nachbearbeitet habe. Auf jedem Bild, wo ich am Lächeln war oder geredet habe oder so, dann noch die Zähne per Photoshop spitz gemacht und so. Und es war einfach todesanstrengend. Einfach, weil ich da selber damals halt nicht so hinterher war. Und heutzutage jetzt, wo ich auf sowas mehr achte und wo mir sowas wichtiger ist und wo ich weiß, wie geil der Effekt einfach sein kann, hatte ich bisher halt noch keinen Anlass. Ich habe in den letzten paar Jahren eigentlich nur so süße, hübsche Charaktere gemacht und nichts Böses. Also das Böseste, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, war Ursula von die kleine Meerjungfrau. Du hattest ja auch ein paar Halloween-Kostüme, bei denen sich das vielleicht gelohnt hätte. Du bist ja zum Beispiel mal als Spinne gegangen und hattest auch so ein, wie heißen diese Fische, Tieftaucherfische? Tiefseetaucherfische, ja. Tiefseetaucherfische. Also da hätte sich das vielleicht auch gelohnt. Oder Anglerfische. Genau, die meine ich, ne? Ja, das stimmt natürlich. Das hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Da war ich wie immer ein bisschen zu kurzfristig unterwegs mit meinen Planungen. Aber wenn man, also vor allem das Spinnenkostüm ist etwas, was ich total gerne mal so in echt, auch so in groß als richtiges Projekt nochmal verfolgen würde. Und da bräuchte ich auf jeden Fall, also ich konnte halt keine Fotos machen, wo ich den Mund offen hatte. Das ist sehr frustrierend für jemanden wie mich. Ja, das ist dann immer schade, ne? Ja. Und es beschränkt auch die Mimik sehr in den Fotos. Weswegen halt gerade auch bösere Charaktere, die machen ja mal so oder schreien. Oder, und da ist es natürlich viel cooler, wenn man auch coole Zähne dazu hat. Und dafür, also gerade jetzt, Alphabet hast du ja angesprochen, da haben wir die Kooperation bekommen und du hast es ausprobiert. Der Shop ist ja voll von Bösewichtzähnen. Also Monster und Orks und Vampire und Zombies. Ja, genau. Über das Angebot wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch reden. Und ich glaube, gerade für solche Sachen sind Effektszähne halt auch super geil. Weil so, also jeder Zahnlack und jedes, weiß ich nicht, Überschminken oder so, reicht halt nicht aus, um sowas Ekliges darzustellen. Wie so richtig verrottete Zähne oder so. Ja, genau. Da wollte ich dich nämlich gerade auch fragen, was kennst du denn, was es überhaupt auf dem Markt gibt? Du hattest jetzt gerade schon Zahnlack angesprochen, ne? Das war ja auch eine Sache, die wir ein bisschen ausprobiert haben bei unseren Elton John Kostümen. Boah, ja. Also Zahnlack kenne ich schon ewig aus dem Theater halt. Da gibt es halt verschiedene. Da gibt es roten, um die Zähne blutig zu machen. Da gibt es gelben. Ach, das gibt es auch. Ja, ja, da gibt es so gelblichen, um das so ein bisschen älter und verfault oder Nikotin oder so zu simulieren. Das kenne ich auch. Und dann gibt es halt auch ganz schwarzen, wenn man dann Fotos macht oder auch auf der Bühne, also wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann sieht es halt tatsächlich auch so aus, als wäre da ein Zahn komplett weg. Damit kann man einiges simulieren. Das ist auch das, was du ja mit dem Elton John Ding meinst. Da haben wir zwischen den beiden Schneidezähnen den schwarzen Zahnlack benutzt, um eine Zahnlücke zu simulieren. Was hat so semi gut geklappt. Ach, für die erste Stunde sah das doch ganz gut aus. Ja, ja, genau. Also es färbt halt schnell ab. Das ist so ein bisschen schade bei diesen Zahnlacken. Also ich weiß noch, bei meinem Scare-Acting an Halloween im Filmpark Babelsberg, die Zombiesachen, die ich gemacht habe und auch die Chucky-Verkörperung, da habe ich halt von dem gelben und dem roten Gebrauch gemacht, auch ein bisschen von dem schwarzen für so Fäulnisstellen und so. Und wenn man da halt wirklich auf ganz trockene Zähne und aufträgt und dann abwartet, bis das ganz trocken ist und so, dann hält das schon auch ziemlich lange. Also das ist nicht schlecht. Ja, klar, aber viel hilft halt auch viel, ne? Ja, richtig. Wenn man nur so kleinere Details machen will, ist es eher nicht so, weil sich das auch manchmal im Mund verteilt. Aber wenn man sich zum Beispiel, ich sage mal so komplett blutiges Zahnfleisch oder so, kriegt man damit schon sehr gut hin. Oder halt, wenn alles so gelblich, eklig aussehen soll, das geht. Aber es ist halt immer noch unsere Zahnform, was natürlich bei dem Großteil der Menschen einfach eine sehr ordentliche Form ist, weil wir ja als Zivilisation, als Kultur sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Zähne ordentlich aussehen und oft schon im Kindesalter mit Zahnspangen oder sonst was darauf getrimmt werden, dass die Zähne schön gerade aussehen. Und selbst der bestgeschminkteste Zahn bleibt halt immer noch gerade, ne? Ja, das ist es halt, ne? Und dann gibt es ja auch noch diese Gebisse, die man für einen Euro kaufen kann. Weißt du was, Kleiner? Diese, ja, ja, diese total billigen... Oh, hatte ich als Kind. Die man halt für ein Foto reintun kann. Genau, die man halt als Kind auch irgendwie hat, ne? Genau, die waren total unbequem, super hart. Ich weiß auch, ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich einmal ein Vampirgebiss hatte, wo zwischen den beiden Fangzähnen, den beiden Vampirzähnen, waren einfach drei Zähne. Also nicht zwei, nicht vier, sondern drei. Das sah so scheiß aus. Okay, vollkommen unlogisch, ja. Also man merkt halt schon, wir lachen sehr darüber, weil das einfach für Cosplay ist es keine gute Möglichkeit, ne? Das kann man so als Gag oder sowas mal machen, wenn man jemanden erschrecken möchte aus Spaß oder keine Ahnung. Dann funktioniert das ganz gut, aber... Das ist auch ganz lustig, das ist auch ganz, ganz lustig als erhöhte Schwierigkeitsstufe bei Tabu oder Activity. Oh ja, stimmt. Weil man mit den Dingern absolut null sprechen kann. So, und das ist nämlich die Sache, ne? Bei den meisten Sachen, die man kaufen kann, kann man nicht gut mitsprechen. Du hast eben auch schon gesagt, woran das liegt. Das liegt an der Zahnform, ne? Und ich hab mich dann so mal ein bisschen informiert, als ich vor anderthalb Jahren, oder es ist schon zweijähriger, I'm not sure, als ich für meinen Tiefling-Cosplay ein bisschen was gesucht habe. Da wollte ich sowas wie Vampirzähne haben, die aber nicht an die Eckzähne direkt kommen, sondern an die Zähne dahinter quasi. Und dann hab ich halt überlegt, was kann man da machen? Und dann bin ich auf Scarecrow aufmerksam geworden, auf die Vampire Fangs. Das sind quasi so zwei Zähne in einer Packung. Und dann musst du so eine Pasta anrühren, da reinschmieren. Und dann steckst du dir die Zähne an, dann musst du so eine bestimmte Zeit warten. Und dann kannst du das lösen. Und dann ist das da drin halt so hart geworden, dass du die immer wieder anstecken kannst, die Zähne. Problem ist, es dauert unfassbar lange, bis es erstmal optimiert ist. Also ich hab, glaub ich, drei Versuche gebraucht, bis die Zähne nachher dann auch wirklich saßen. Und selbst dann saßen sie nicht zu 100 Prozent perfekt. Also man konnte zum Beispiel den Übergang halt sehen. Also wenn ich zu breit gegrinst habe, hat man gesehen, dass es ein angesteckter Zahn ist. Und die hatten natürlich auch nicht die Farbe wie meine Zähne. Ja, das ist auch, also da sowas ähnliches gibt es auch tatsächlich im Karnevalsladen mit so... Genau. ...wo halt dann nicht so eine richtige Zahnarzt-Zement-Dings, wie du das jetzt beschrieben hast. Sondern da ist dann nur so eine Art, ähm, so eine Art Gummikleber sozusagen. Also es ist so eine Art, ähm, Putty. Wie Mastix quasi. Ja, ja, also das, ähm, das, ähm, das, äh, wird nicht fest und bleibt in der Form, sondern das ist halt so ein Gummiputty, was du halt an den trockenen Zahn klebst und dann hält das für ein paar Stunden bis... Ähm, genau, das gibt's so für einen Karnevalsbedarf gibt's das. Ähm, oder halt wirklich, wenn man nur mal ein supergeiles Vampir-Outfit anhat und das nur kurz fotografieren will, dann will man sich ja nicht direkt ein ganzes Gebiss anfertigen lassen. Ja, ja, klar. Dann ist das schon okay. Aber für alles, was halt mit Sprechen und Längertragen zu tun hat, ist es nicht. Ja, ja, und dann war ich total happy, als sich Elphabite bei uns gemeldet haben unter der Website www.elphabite.de, könnt ihr auch selber mal stöbern gehen, falls ihr da Bock drauf habt. Wir werden euch im Blogbeitrag auf unserer Website auch alles nochmal verlinken. Und, ja, die machen Effektszene, die professionell gefertigt sind. Äh, ich bin gerade auf der Homepage, die wird gerade erneuert, aber, ähm, also der Shop ist zugänglich, aber die Website an sich wird gerade erneuert. Erneuert mit neuen Produktfotos. Die haben auch Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest und, was ich ziemlich geil finde, YouTube, wo man halt auch ein paar Videos in Action sehen kann. Ja, richtig geil. Also, es könnt ihr auf jeden Fall alles mal auschecken. Und ich fand es halt schon mega interessant, woher dieser Grundgedanke von denen überhaupt kam, ne? Weil, ich meine, das sind Effektszene. Wer stellt Effektszene her, hat man sich, hab ich mich persönlich halt so gefragt, ne? Ja, und, äh, die Gründerin, die Susi, die ist Dentallaboratorin und die verkleidet sich selber in ihrer Freizeit total gerne. Und da kam dann auch die Idee auf, Effektszene zu produzieren. Und da hat die sich mit, ähm, Esther zusammengetan. Die ist Effektzahnexpertin. Und die haben dann eben zusammen Elfarbeit gegründet. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das ja aus dem Bereich des Maskenbilds, ähm, dass das, ähm, auch professionell halt benötigt wird. Vor allem im Bereich Film und Theater, ähm, möchte man ja nicht, eben nicht ständig dann da lange rumhängen und irgendwas vorbereiten und kleben und sonst was. Da sind so, ähm, persönlich angefertigte Gebisse einfach das Nonplusultra, um dem Charakter halt ein, ähm, spezielles Auftreten zu verleihen. Und, ähm, die, ähm, die Tatsache, dass das halt eine, eine wirkliche Dentallaborantin ist und Effektszahnexperte, ähm, das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher, weil, ähm, oder ein bisschen professioneller vor allem auch, weil die Maskenbildner zwar das Aussehen supergut draufhaben und vielleicht auch mal einen Workshop schön besuchen könnten und so, ne? Aber das wirkliche Anpassen an die Zähne, das hat ja, ähm, es gibt diesen, es gibt diesen Beruf ja nicht umsonst des Dentallaboranten, der Dentallaborantin, ähm, das hat halt ganz schön viel Hintergrundwissen und Handwerk, dass man, ähm, wo man speziell drauf, ähm, vorbereitet sein muss, ne? Das ist halt eben nicht genau das Gleiche wie eine Gesichtsprothese mit Silikon herstellen oder so. Ja, und das ist es auch, was ich bei Alphabet so toll fand, ne? Die garantieren einen direkt eine hohe Qualität, dadurch, dass die Zahntechniker die Effektszähne herstellen und vor allem auch im Austausch mit einem stehen, wenn man die Zähne da bestellt, ne? Also von Anfang an hast du dieses Gebot, wir machen High-Quality-Zähne. Ja, ich meine, wenn man schon investiert in so ein Gebiss, dann, ähm, möchte man natürlich auch die beste Qualität haben, weil das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Faktor ist es eben nicht das 5-Euro-Karnevalsgebiss, ne? Sondern es ist halt was, ähm, was halt auch, was man dann auch mehrfach tragen möchte, was vielleicht für eben einen Film, eine Theaterproduktion oder halt ein Lab oder ein Cosplay, was man häufiger anzieht. Zum Beispiel, weil man Teil von einer Gruppe ist, von einer Horde-Gruppe oder, ähm, von einem, von einem Re-Enactment-Gruppen oder sonst irgendwas, ne? Oder wenn man zum Beispiel, äh, zusammen mit anderen, äh, in der Org-Horde, ähm, öfter mal auf Veranstaltungen geht oder, oder, oder. Ja, das ist es eben, ne? Und ich hab auch gemerkt, dass die da wirklich dran sind. Also, ich hatte im Vorfeld eine super Kommunikation mit den Leuten von Elphabite. Also, die haben auch mir ganz viel erklärt, ganz viele Möglichkeiten aufgewiesen. Wir haben super viele Mails einfach miteinander geschrieben, bis wir uns dann, äh, quasi auf was geeinigt haben und ich mir ein Modell aussuchen durfte. Und da könnt ihr auch gerne mal gucken auf www.elphabite.de slash de slash shop. Ja, wie hast du den Shop zufällig gerade offen? Weil dann können wir ja mal zusammen so ein bisschen stöbern. Also, vielleicht kannst du mir ja mal sagen, was du besonders irgendwie interessant findest oder was dir auffällt, weil die haben ja echt super viele Angebote, ne? Auf sechs Seiten, viele verschiedene Modelle, mal ganze Gebisse, mal nur einzelne Zähne, mal oben, mal unten. Also, das ist ja wirklich alles dabei. Also, mein erster Tipp ist, für alle, die einen empfindlichen Magen haben, ist das nichts. Da sind wirklich ekelhafte Modelle dabei. Also, wirklich hässliche, ekelhafte Monstergebisse. Das ist schon ganz schön ekelhaft. Da sind teilweise auch welche, also, zum Beispiel das Modell Cruel Fun ist ein kleines Modell. Das sind nur, dass die, ähm, vorne die Schneidezähne ein bisschen anders sind. Ähm, dann gibt's auch eins, das, ähm, das einfach ein bisschen historischer aussehen soll. Das, äh, das, äh, year, äh, 879. Da sind dann halt die Zähne. Ja, das, damit sehe ich auch grad. Die Zähne zwar auch ein bisschen, in Anführungszeichen, normaler, aber halt so mit Karies und ein bisschen schief und so. Also, da sind schon ein paar, ähm, menschliche, sag ich mal, dabei. Aber ganz viel halt Monster. Die haben auch, die Hauptkategorien sind Vampirzähne, Monsterzähne, Zombizähne, Orkzähne und mehr. Also, ähm, genau. Das sagt schon alles, ne? Das sagt alles aus, genau. Und was ich super spannend finde, ist, dass es halt, ähm, auch, also, es gibt Gebisse, die sind mit Zahnfleisch und da ist dann das Zahnfleisch auch richtig eklig. Also, zum Beispiel gibt's auch ein, ein Modell mit so bläulich hinterlegtem Zahnfleisch. Das Blue Monstrosity, ne? Ja, genau. Oder auch so ganz, ganz dunkelrot, Dark Before Dawn, ähm, wo halt so richtig, so richtig, richtig blutig aussieht und so out of this world anders, ne? Und, ähm, es gibt aber auch Modelle, wo wirklich dann die, nur die Zähne sind, die dann wirklich direkt auf deinen eigenen Zähnen aufliegen, was natürlich auch mega geil aussieht, weil es halt so realistisch ist. Was ich auch super spannend finde, ist Tit for Ted. Das ist so ein, ähm, so ein bisschen hexenmäßig oder so. Da ist in der oberen Reihe bis auf zwei Zähne sind die ersten vorderen komplett ausgeschwärzt, sodass es halt wirklich auch aussieht, als würdest du da keine Zähne haben. Das finde ich auch super spannend. Das stimmt. Ja, also es ist halt ein riesiges Angebot und ich finde, da wird man auf jeden Fall, finde ich. Also hast du vielleicht eins, bei dem du sagen würdest, das würde ich mir am liebsten machen lassen? Ja, mein absoluter Favorit ist Giants of Battle. Das ist so ein, äh, Org unter. Ja, das ist ziemlich geil. Das ist ein Unterkiefer mit Riesenhauern und, äh, in dem einen Hauer sind dann noch so Ringe mit drin und es sieht einfach mega geil aus. Genauso wie ich mir so einen richtigen, ähm, ja, WoW-Org oder D&D-Org oder so vorstelle, ne? Ja, so richtig, ähm, richtig krass. Ich würde sogar eventuell, ähm, dann soweit gehen und in der Maßanfertigung noch das Zahnfleisch ein bisschen, äh, gesünder aussehen lassen, weil ich, ähm, persönlich den Headkinern habe, dass, ähm, Orgs eigentlich sehr, sehr gut auf ihre Zähne achten. Ähm, weil, weil die darauf sehr, sehr stolz sind und das ist ein Zeichen von ihrer, ja, genau. Aber, äh, ja, das finde ich halt ziemlich geil und, ähm, was ich auch, äh, super cool finde, ist, ähm, wenn die, wenn das halt so, so richtig unnatürlich ist. Ähm, ähm, Shark Treats ist eins der, das ist nur so ein, äh, kurzes für den Oberkiefer, aber da sind, also gefühlt tausend Zähne, die da rausstechen und es sieht halt aus wie so ein Alien-Wurm-Fortsatz irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön eklig, das finde ich aber auch sehr, sehr cool. Und, ähm, alles, was, alles, was mehr Zahnfleisch als Zahn hat, finde ich auch ganz schön cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, ihr seht, riesiges Angebot und da musste ich mich entscheiden und da dachte ich dann so, Mist, wie soll ich mich denn bei diesen sechs Seiten entscheiden und, ähm, hab mir dann nochmal vergegenwärtigt, was ich eigentlich wollte, ne? Ich wollte sowas ähnliches wie Vampirzähne, aber nicht direkt unbedingt auf den Eckzähnen, am liebsten halt so dahinter oder wenn auf den Eckzähnen, dann müssen die Eckzähne auch so ein bisschen geschliffen sein und da bin ich dann bei Mixed Peak Emotion hängen geblieben. Also, das ist wirklich, die Eckzähne sind so ein bisschen spitz, aber die Zähne dahinter sind nochmal ganz spitz, sodass man insgesamt vier Zähne hat, sozusagen. Genau, was ich, was ich dann dem Modell ziemlich cool finde, ist, dass es halt wirklich nur, ähm, zwei Einzelteile sind, die man dann im Mund, äh, an den Zähnen befestigt. Also, dass es kein komplettes Gebissrahmen ist, sondern wirklich nur die Zähne, die man an den eigenen dann befestigt. Mhm. Und was ich auch super spannend finde, man kann bei den Produktdetails mal gucken, da steht dann auch nochmal Kiefer, Oberkiefer und, ähm, sprechen ist damit möglich. Man kann damit sogar trinken, was nämlich bei den, ähm, Eckzähnen, die ich mir da gekauft hab von Scarecrow nicht möglich ist eigentlich. Man soll damit nicht trinken und nicht essen und man kann damit sogar singen. Das ist ja nicht irgendwie total cool, dass darauf geachtet wird, ne? Ja, man muss es natürlich trotzdem üben. Deine Zunge bewegt sich natürlich anders, wenn da längere Zähne sind. Also, ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ihr mit solchen langen Effektzähnen direkt so sprechen könnt wie normal, auch wenn es die besten, hochwertigsten sind. Weil man natürlich seine, ähm, seinen Sprachapparat daran anpassen muss. Also, das hat man ja auch, ähm, weiß ich nicht, im Theater, wenn man eine andere Rolle übernimmt oder wenn das Make-up an, äh, mit irgendwelchen Prothesen im Gesicht oder so ist. Man muss sich da schon ein bisschen dran gewöhnen und das üben. Also, es kann auch sein, wenn du damit jetzt an einem ganz normalen Glas trinkst, dass du dich erstmal ein bisschen vollkleckerst. Dann kann man ja noch mit dem Strohhalm trinken, ne? Ja, und was ich auch sehr cool finde, wenn man nichts findet, was einem so zu 100 Prozent passt, dann kann man sich auch bei Elferbeit ein eigenes Modell anfertigen lassen. Die machen dann dazu ein Angebot. Man beschreibt dann in der Mail, was man gerne haben möchte und dann kriegt man eben ein Angebot geschickt. Oder wie du, du hattest ja gerade gesagt, ja, bei den Ockzehen das Zahnfleisch, das würde ich gerne ein bisschen gesünder haben. Man kann auch kleine Änderungen schon hinzufügen ab 50 Euro. Also, ich finde, das ist eine coole Sache, um halt auch wirklich das perfekte Modell für einen zu finden, ne? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, wenn man schon, das ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Das ist ja schon eine Investition. Das kostet Geld. Und wenn man so viel Geld in etwas investiert, dann soll es ja auch perfekt sein. Und da ist dann so ein Kundenservice und so eine Anpassung. Und auch, wie du beschrieben hast, dieses Hin und Her mit den E-Mails, dass man wirklich erst mal genau rausfindet, was man braucht, finde ich dann das Nonplusultra. Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Du hast es gerade schon erwähnt. Das ist eine Investition. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen Real Talk hier betreiben und mal ein bisschen über Zahlen reden. Also, einzelne Zähne fangen bei 160 Euro so ungefähr an. Und komplette Gebisse sind meistens im Rahmen zwischen 500 und 700 Euro. Das ist ja schon echt ein Haufen Geld, den man da investiert, ne? Ja, das stimmt. Und das hat mich auch echt abgeschreckt am Anfang. Aber wenn man halt bedenkt, dass deine Zahnform sich normalerweise als erwachsener Mensch nicht mehr viel ändert, dann ist das Produkt bei einer normalen Pflege, also man sollte darauf jetzt natürlich das nicht einfach in die Ecke werfen und verstauben lassen, aber bei einer ganz normalen Pflege mit sauber machen und dann wieder in irgendeine Schachtel stecken, ist das ja ein lebenslanges Produkt. Das ist es halt, ne? Also, da ist mir dieser Preis auch nochmal wirklich klar geworden, als ich dann auch drüber nachgedacht habe, ja, das benutze ich aber ja nicht nur für einen Cosplay, sondern ich kann das auch für mehrere Cosplays benutzen. Und deswegen habe ich mich auch für Mixed Peak Emotion entschieden, weil ich dachte, ja, das kann man auch als Vampir halt tragen, ne? Also, solche Eckzähne, die kann man immer wieder gebrauchen für Cosplay. Ja, als jedes Monster auch, ne? Alles, was irgendwie böse ist, kann spitze Zähne haben. Das ist das. Und das andere ist halt wirklich, dass das einfach professionelle Arbeit ist, ne? Das darf man auch nicht klein arbeiten. Das ist keine Fabrikproduktion, das ist kein Abguss, irgendwas, sondern das wird halt speziell einzigartig angefertigt für dein persönliches Gebiss. Und das ist schon eine Sache, die man bedenken muss. Also, Materialkosten, Arbeitszeit, die Abdrücke, das Hin- und Herschicken, das ist ja alles. Und auch den Kundenservice, den du so schön beschrieben hast, den muss man sich auch bezahlen lassen, ne? Also, ich bin selber, ich bin ja selber Handwerkerin als Friseurin und habe das auch ganz, mir fällt das selber ganz, ganz schwer, Preise für meine Services festzulegen, weil ich auch immer daran denke, dass ich ja selber ein kleiner Pfennigfuchser bin und so. Aber man muss sich da auch einfach bewusst sein darüber, wie viel Arbeit in sowas steckt. Das ist es eben. Ja, und ich hatte dann auch tatsächlich direkten Austausch mit der Effektsan-Expertin Esther. Also, total witzig, mit der habe ich dann auch tatsächlich geschrieben. Da sieht man auch, ne? Es ist ein total persönliches Label. Die stehen da hinter und die kümmern sich auch um ihre Kundinnen und Kunden, ne? Und Esther hat mir echt jede Frage im Vorfeld beantwortet, egal wie dumm sie war. Also, der Service war wirklich genial, wie du gerade schon sagtest. Was man dann vielleicht einem Cosplayer auch nochmal als kleines Vors-Auge-Führen anbringen kann, ist so ein Gebiss, ne? Selbst wenn die eine Form haben, aus dem die das gießen, das muss ja noch komplett dann farblich angepasst werden. So ein Zahnfarbenverlauf oder auch ein Zahnfleisch. Das ganze Weathering, was ihr mit euren Kostümen macht und so weiter, das wird bei jedem einzelnen Zahn dann auch nochmal angewendet, ne? Also, da kann man sich dann vorstellen, wie viel Handarbeit da auch nochmal reinfließt. Ja, und wir haben dann halt überlegt, okay, wie machen wir es jetzt, dass ich meine Zähne halt bekomme, ne? Ja, und wir haben uns dann für das Starter-Kit entschieden. Da sind drei Gebissschienen drin, Handschuhe, ein Anwendungsflyer und die Paste für den Zahnabdruck. Und was ich halt echt gut fand, du brauchst wirklich null Vorkenntnisse und du kannst das von zu Hause aus machen. Das ist ja gerade jetzt in den Pandemiezeiten sehr, sehr wichtig, weil jeder Kontakt ja vermieden werden sollte und man vielleicht auch nicht so gerne draußen unterwegs ist, nur um jetzt mal so einen, in Anführungszeichen, doofen Abdruck für ein lustiges Kostüm zu machen. Ja, und das fand ich halt auch wirklich gut mit dem Starter-Kit. Wir hatten die Möglichkeit, dass ich einen 3D-Scan hätte anfertigen lassen können. Dazu hätte ich aber zum Alphabet Standort fahren müssen und das ist aktuell natürlich ein bisschen schwer, ne? Oder die hätten zu mir kommen müssen, was auch ein bisschen albern ist jetzt in der Pandemiezeit, ne? Also da kann man es auch wirklich einfacher machen. Aber was man auch machen kann, man kann diesen Abdruck beispielsweise auch beim Zahnarzt machen, wenn man sich da selber nicht dran traut. Das kostet dann allerdings natürlich ein bisschen mehr, ist ganz logisch, ne? Ja klar, die Arbeit vom Zahnarzt muss ja auch bezahlt werden. Genau, und deswegen habe ich mich da auch für das Starter-Kit entschieden und ich habe dann Post bekommen von denen, habe mich da sehr drüber gefreut und das auszupacken und so, weil ich total gespannt war, wie das funktioniert, ne? Und ich habe mir dann im Vorfeld auch ein Video von denen angeschaut auf alphabite.de slash de slash so minus geht's. Da könnt ihr euch das nämlich auch nochmal in Ruhe anschauen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Abdruck, falls ihr euch nicht sicher seid oder falls ihr auch den Anwendungsflyer nicht so gut versteht. Aber ich kann euch sagen, es ist eigentlich super einfach, ne? Ja, man zieht halt die Handschuhe an und dann hat man so zwei Pasten. Die eine Paste ist gelb und die andere ist weiß und die muss man rausnehmen und miteinander vermischen. Und das Problem dabei ist, dass man das möglichst schnell machen muss, da die Paste hart wird. Man muss also ganz schnell die vermischen, dann macht man die zu seiner Wurst und dann drückt man die auf die Schiene drauf. Ja, das klingt ähnlich wie bei einer Arbeit mit einem Zement oder, also das ist ja sicherlich ein Zahnarztzement für den Abdruck, so wie wenn man eine Zahnspange bekommt, ne? Ja, genau. Und das kennen vielleicht ja auch viele Cosplay ja noch auch aus dem Bereich mit Epoxidharz. Das sind ja auch zwei Komponenten, die man zusammen mischen muss. Und da gibt es ja dann überall unterschiedliche Trocknungszeiten. Und du möchtest jetzt nochmal darauf hinweisen, dass das eine sehr schnelle Trocknungszeit hat, ja? Ja, absolut, das war's halt, ne? Es ist super schnell getrocknet und deswegen hab ich die ersten Abdrücke auch nicht wirklich gut hinbekommen, weil ich musste ja auch noch Fotos machen für den Blogbeitrag. Und deswegen die ersten Abdrücke hab ich ein bisschen verkackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war auch nicht so schlimm. Ich erklär euch gleich wieso. Es war für mich auch total knifflig, weil ich nicht so genau wusste, wo muss ich jetzt hinbeißen. Und deswegen hab ich bei einigen auch zu nah an der Schiene gebissen, sodass man von meinen Vorderzähnen nicht so den perfekten Abdruck hatte. Aber ich dachte mir so, ja, es passt schon. Also, die brauchen ja eh nicht die Schneidezähnen, die brauchen ja nur alles dahinter. Also hab ich alles zurück an Elphabyte gesendet. Und dann hat sich Esther ein paar Tage später bei mir gemeldet und meinte so, Das waren leider nicht so gute Abdrücke, Lea. Du hast zu nah an der Schiene dran gebissen und man hat halt gesehen, dass die Paste zu schnell hart geworden ist. Es wäre cool, wenn du nochmal welche machen könntest. Und da muss ich wirklich sagen, wieder Chapeau, was für ein geiler Service. Die haben mir dann für ein noch besseres Ergebnis einfach nochmal ein Starter-Kit zugeschickt. Und alleine das finde ich schon wirklich Hammer, oder? Ja, grandios. Ich meine, die hätten auch einfach sagen können, okay, machen wir halt jetzt. Ist ja sowieso nur Kooperation, bla, bla, bla. Genau, versuchen wir halt irgendwie. Ja, aber finde ich auch sehr, sehr cool. Aber nee. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen irritiert, du hast eben gesagt, drei Gebissschienen? Wieso denn drei? Ja, du musst halt, du kannst zwar einen Abdruck machen, aber dieser eine Abdruck ist nicht zu 100% immer dein Aufbiss. Also es kommt ja auch darauf an, wie du aufbeißt, ne? Ob dein Unterkiefer vielleicht ein bisschen weiter vorne ist, mal was weiter hinten. Und wenn die halt drei Gebisse haben, können die genau gucken, was ist denn der Durchschnitt davon? Sind die alle gleich, sodass die halt daran arbeiten können und für dich das perfekte Gebiss erstellen können. Okay. Weil wenn du nur eins eins schickst, ne? Und du hast jetzt so falsch aufgebissen oder so, dann kann es halt sein, du kriegst Zähne zurück und dann passen die halt gar nicht richtig, ne? Und deswegen vermeiden die das direkt, indem die sagen, du machst drei Abdrücke, damit man halt wirklich daraus das gemeinsame Ergebnis erzielen kann. Ja, das ist natürlich super cool. Weil, also ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass ich, wenn ich sowas dann mache, irgendwie, dass man ganz vorsichtig zubeißt oder irgendwie ein bisschen zu sehr hin und her schiebt oder so. Aber deswegen, wenn man dann... Oder dass man halt zu langsam ist, ne? Ja, dreimal und dann wird der Durchschnitt genommen. Das ist echt cool. Ja. Also das fand ich auch sehr beeindruckend, ne? Und dann haben sie mir nochmal ein neues Set geschickt. Und da musste ich ja zum Glück keine Fotos mehr machen, wie ich Fotos quasi von mir selber mache, wie ich das Gebiss reinschiebe. Dann konnte ich das alles ganz in Ruhe machen und hab dann auch perfekte Abdrücke wirklich abgeliefert. Also du würdest sagen, wenn man nicht gerade darüber blockt, dann ist die Anwendung eigentlich idiotensicher. Ja, eigentlich schon, ne? Wenn man nicht so rumschlawinert. Also wenn du natürlich ewig brauchst, bis du das Gebiss dann im Mund hast, dann kann es halt auch sein, dass mal eins aushärtet. Aber eigentlich ist es echt super einfach, ne? Du rollst dir da deine Wurst zusammen, legst es auf die Schiene, beißt da rein. Fertig. Also Wurst zusammenrollen wie mit Knete. Genau, es ist echt wie mit Knete. Also so kann man sich das vorstellen. Das fühlt sich auch tatsächlich an wie Knete. Aber schmeckt das auch so eklig? Ne, zum Glück schmeckt das nach gar nichts. Da war ich total froh drüber. Ich hatte auch so ein bisschen Angst. Ich hatte auch eine Zahnspange und weiß wie das ist, mit Abdrücke machen. Ich hatte total Angst, ob man irgendwie einen Würgereflex bekommt, aber gar nicht. Also das ist auch extra drauf ausgelegt, dass du eben nicht kotzen brauchst, wenn du deine Abdrücke machst. Das ist wirklich so, stand sogar auf dem Flyer von wegen, ja, keine Angst vom Würgereflex oder so. Ja. Ja, und dann musste ich noch Fotos von meinem Gebiss machen, also von mir persönlich, wie ich auf verschiedene Arten und Weise aufbeiße. Das stand auch auf dem Flyer drauf, welche Art von Fotos man da absenden muss von sich selbst. Damit die eben halt auch sehen können, wie dein Gebiss tatsächlich aussieht, ne. Und das finde ich echt cool. Also du hast nicht nur diese Schienen, die du machst, sondern musst halt auch noch Fotos von dir einsenden, damit die ganz genau gucken können, wie sind deine Zähne. Das heißt, du reißt die Lippen so nach oben, dass man möglichst viel vom Zahn sieht und machst so eine blöde Grimasse, während du das fotografierst? Ja, ungefähr so. Ja, man muss mal, glaube ich, lachen oder so. Dann muss man mal weit aufmachen, den Mund. Solche Bewegungen halt, ne. Ja, das klingt echt sehr sinnig, ehrlich gesagt. Und natürlich, ein Foto hilft natürlich dann auch noch dabei, jetzt, wenn man wie du nur einzelne Zähne hat, dass die Farbe angepasst werden kann. Genau, ne. Also wenn man jetzt besonders weiße Zähne hat und man wünscht sich wunderschöne Vampirzähne, dass das halt ein bisschen angepasst wird einfach. Die sehen das ja auf dem Foto, welche Farbe die Zähne haben, ne. Ja, und dann muss man halt erst mal abwarten. Es ging aber tatsächlich ziemlich schnell. Ich kann gar nicht sagen, wie lange ich gewartet habe. Vielleicht maximal zwei Wochen oder so. Ich habe dann eine Rückmeldung auch zu den Abdrücken bekommen. Mister meinte, super, wir melden uns bald. Wir machen jetzt deine Prothese fertig. Und ja, innerhalb von, wie gesagt, zwei Wochen oder so hatte ich meinen Abdruck hier und dachte mir so, was? Wie haben die das so schnell geschafft? Also richtig cool, wie ordentlich und schnell die auch an meinem Produkt gearbeitet haben, ne. Also ich war super, super zufrieden damit. Wie, also du sagst gerade, du hast deinen Abdruck da. Das heißt, du hast jetzt so einen kleinen Zementklotz von deinen Zähnen, oder was? Genau, habe ich auch noch zusätzlich. Also ich habe neben den Zähnen auch so einen Gebissabdruck bekommen von meinen Zähnen. Ich habe jetzt zu Hause so einen kleinen Zementklotz mit meinem Gebissabdruck hier stehen. Das ist aber mega nice. Es ist voll cool, es ist voll cool, weil du machst so diese Box auf. Erstmal ist es total edel eingepackt, alles in so einer Metallbox, so einer Silbernern. Und dann machst du das halt auf und dann ist da drin halt wirklich dein Gebissabdruck und da drauf stecken deine Zähne. Es ist voll geil. Ah, geil. Ja, dann kann man die auch, hast du die bestimmt auch richtig gut fotografieren können. Richtig, das ist halt ein richtig cooler Aha-Effekt, den man damit halt auch erzielt, ne? Das ist es halt einfach. Also ich war wirklich super impressed, wie geil das aussah. Da freue ich mich schon auf die Bilder, die du im Blogbeitrag hast. Ganz genau. Also ich bin halt super zufrieden gewesen. Und was ich halt auch mega interessant fand, ich dachte ja, ich kriege vier einzelne Zähne oder so zwei Zähne halt zugeschickt. Aber es ist tatsächlich mehr wie so eine Zahnspange. Also die hinteren Backenzähne sind auch mit dabei, aber das ist transparent. Das ist etwas, das man auf den Fotos jetzt so noch nicht sieht. Ach so. Im Shop, ne? Aber was ja, 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 was ihr auf meinem Blogbeitrag seht, ihr das auch nochmal ganz genau. Das sieht halt wirklich aus wie so eine Mini-Zahnspange. Ja, cool. Dann hält das natürlich auch viel besser, als wenn man das irgendwie festkleben müsste. Eben, das ist es halt, ne? Also ich kann wirklich nicht sagen, wie krass zufrieden ich bin. Das ist wirklich, die haben mehr als 120 Prozent gegeben. Boah, also wenn ich mir nochmal Effektszähne mache, dann auf jeden Fall bei Elphabite. Ja, du klingst auch total zufrieden. Also es ist ja auf jeden Fall eine Empfehlung. Es sieht so geil aus. Und als ich die reingesteckt habe, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es so eklig unnatürlich ist oder so, ne? Sondern es war halt direkt in meinem Mund, es passte perfekt. Und das ist halt ganz geil, ne? Wenn du so Zähne hast, die zu 100 Prozent auf dein Gebiss passen, dann bist du einfach mega happy und voll zufrieden. Weil du kannst damit halt trinken, du kannst damit halt reden. Und nicht so wie bei diesen Billigen, die du dir halt selber anmischst und raussteckst, die halt ständig rausfallen. Oder womit du halt auch nichts trinken kannst. Und womit das Reden halt auch schwer ist. Also es ist schon was anderes. Es ist von der Qualität etwas, was man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also es ist eine Maßanfertigung, ne? Und dann ist es halt auch einfach professionelle Arbeit von Leuten, die speziell dafür ausgebildet sind, ne? Ja, also ein dickes, fettes Dankeschön an Elferbyte für diese megacoole Kooperation. Uns hat das voll Spaß gemacht, Teil eures Teams zu werden. Und ja, immer gerne wieder, ne? Wir sind mega happy. Also wirklich, richtig coole Sache. Ja, und wenn ihr noch mehr über Elferbyte erfahren wollt oder über Effekt-Szene, dann schaut doch mal bei Neudizismus vorbei. Da habe ich nämlich einen Blogbeitrag über Elferbyte geschrieben. Da könnt ihr alles drüber lesen, nochmal ganz detailliert. Ihr seht auch Bilder, wie das funktioniert hat. Ich habe versucht, jeden Schritt für euch irgendwie festzuhalten, falls irgendwie nochmal was unklar ist, ne? Also einfach mal auschecken. Und natürlich die Bilder von deinem vollendeten Meisterwerk, deiner tollen neuen Schiene. Ganz genau. Ihr wollt ja auch bestimmt noch sehen, wie das Ergebnis aussieht. Ja, also danke, Javi, dass du heute mit mir über Effekt-Szene gequatscht hast. Ich fand, das war total aufschlussreißig. Ich habe selber nochmal irgendwie voll viel gelernt, was es so auf dem Markt gibt, ne? Und auch, wie das vor allem benutzt wird in der Theater-Szene und so, ne? Also danke für deinen Input. Oh ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon, die Zähne irgendwann mal in live sehen zu können, weil wir uns ja auch die ganze Zeit nur digital sehen. So brav, wie wir uns an alle Vorrichtungen halten. Aber ich freue mich vor allem jetzt erstmal darauf, deinen Blog-Beitrag zu sehen und das Ergebnis schon mal auf den Bildern bestaunen zu können. Und Elferbyte bleibt auf jeden Fall auch auf meiner Liste von Shops für Cosplay-Zubehör, weil diese Effekt-Szene auf der Seite einfach umwerfend sind. Ja, wir verabschieden uns damit auch schon für heute. Wir hören uns im Februar dann auch hoffentlich wieder mit einem Gast. Und wir sagen bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.